Willi wird or not So Weiß zwar nicht welchen, aber es macht bestimmt irgendeinen Deswegen müssen wir am Anfang auch die runterschmeißen Was sagt Warte mal, wir können die auch Wenn die auch so nehmen und zusammenrollen Ah, das ist das Lösungsrätsel, glaube ich Denk ich mal Dann können wir uns da schicken und da weiter Dahin So, dann gehen wir hier und So Dann gehen wir hier Dann gehen wir hier Dann gehen wir hier Hier lang Und da einschmeißen Dann können wir auch den da Und da schmeißen Dann hier lang Und jetzt können wir den auf der Seite Schmeißen Und jetzt müssen wir theoretisch Ähm Ja Die Leiter gleich hoch So So weit hätten wir es erst Das sieht gut aus Das sieht sehr gut aus Im Gegensatz zu vorhin Mega gut aus Äh Ne Wir brauchen das gar nicht mehr In dem Sinne Also ich war glaube ich fertig So weit Wann wir das Teil dahin schieben Weil eigentlich müsste der Stein Da hinten auch ausreichen Um Bruch zu So Da 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 Ha Wir haben das Rätsel gelöst So The stranger's voice was hoarse I just need some time I think To see things clearly Ja gut Das ist äh Warte mal Ich bring gleich den Frosch zum Fischern Mal gucken was dann passiert Das ist jetzt meine Idee Meine Intention Das haben wir gelöst Das haben wir gelöst Wenn ich den Frosch zum Fischer bringen Vielleicht wird er dann mit Der Fischer mit dem Frosch reden Oh ja irgendwie ist ein Fegakacke Zumindest mit äh Tastatur Okay Auf Wiedersehen Achso ja Der will mit dem Frosch Ich will mit dem Frosch Ich will doch nicht so Interagieren Okay Was ist hier noch Irgendwas wird ja bestimmt noch Und Und Habe ich Eigentlich Auf den Ich hab ihn Ob er Ich hab ihn Ich hab ihn Hat nichts Ja Er War auch wirklich Aber dann hätte ich als Entwickler ziemlich starr gemacht also mit dem frösch können wir auch nicht reden die rennen echt so keine idee runter nein ok da unten ist schon der frisch oh moin grüß dich Der Frog starrte an Embo, ihren Bellen rumbling. Seine Augen wurden auf Embo fixiert, aber es scheint mir keinen Fehler zu sein. War das der Frog, den der Fischerer sprach? Natürlich, denke ich. Ja, also das wird wohl der Frosch sein, wovon der Fischer spricht. Okay, aber jetzt? Ist der Froschkinder jetzt nichts mehr ankommen, oder? Egal. Aber egal, gehen wir ihn wieder weg. Okay, jetzt haben wir einen Froschkinder. Ganz angeguckt. Ich muss jetzt, äh, wieder zum Angeln haben. Nein, die Hülle können wir auch hin. Einmal was wir könnten. Die Hülle. Oh ja, wir haben den Schalter mit ihm. Das. Also den müssen wir auch umlegen. Also das macht alles keinen Sinn, außer den hochzuziehen, ne? Quasi. Alter, das soll schon so sein. Für irgendwann später. Dass man da langkommt. Aber... Nein! Nicht wieder umdrehen. Wir können nicht erst gehen. Wir können nicht erst gehen. Okay. Ich erinnere mich grad so ein bisschen irgendwie. Jumbrider oder so. Ich hab so in meinen Hebel geschoben. Also es geht einfach nur... Ja, so. Jetzt haben wir es auch mal mit dem Kack-Hebel, oder? Ja, Mama, Mama. Entschuldigung. Ja, ihr wisst nicht kack. Ich bin kacko. Okay, ja gut. Das kann auch sein. Ja, meine lieben Freunde. Ich... Hier gleich erst mal einen kleinen Greg. Ich get. Null der Uhr. Guck mal der. Wir können wir nichts machen. Mit der Kette, oder irgendwas. Oh. Vielleicht kann ich nochmal mit dem Angler quatschen. Ich hab keine Idee. Ich hab keinen Plan. Komische Frosch guckt uns an, aber warte mal. Wenn ich jetzt hier hochgehe, ist der Frosch weg. Wir machen, dass der andere Frosch da ist. Und dass der Frosch bleibt. Wenn ich ja weiterfache... Wie läuft's einfach... Ich könnte hier auch mal was der... Rorsch den Frosch anguckt. Wie kommt hier aus, kann ich den dritten... Dazu! Oh, hier hin dazu. Es bringt an. Frosch können wir hier auch noch runterbringen, also... Ja, ich glaube, das ist der Einsatz... ...setzt, äh... Auf Wiedersehen. Ja, okay. I need help a little bit. A little bit, ja. Na gut, die Rätsel haben wir jetzt alle gelöst soweit. Kann man hier nur durch die Gegend brennen? Guck da hin, ist weg. 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 Guck da hin, kann man auch nehmen. Guck da hin, ist weg. Guck da hin. Guck da hin, ist weg. Guck da hin. mit mir ich habe keine ahnung ja gut ich würde sagen ganz kleines break und so die halli hallo da sind wir wieder ja ich habe immer noch keinerlei plan wie es hier jetzt weitergehen soll ich drücke immer schon wieder wie alles sehe ich bin so mega voll man kann die tessertoren hier umlegen so da oben kommt man dahin da kommt man da also es macht so keinen sinn wie rum wir laufen einen weiteren weg oder irgendwas finde ich auch nicht mehr mal hier runter laufen kann die von hier da hinten ist eine treppe leute ein hinweis auf sowas wäre in mir nice gewesen hab ne treppe gefunden ja moin ja moin ne treppe obwohl warte mal kommen wir von hier nie wir kommen von hier ne warte mal dann muss ich oh warte mal hier stehen ja welche ja weil drei ee mit den kann ich jetzt nicht stden in hilf mir ok Schau nach hinten, also guck nach hinten. Okay, hier geht auch noch mal ein Ding runter, aber das wäre ja auch forward, also nach vorne irgendwie. Oh, da hast du das da oben hingelaufen. Das alte Tor war versperrt. Ach so, dann könnte ich theoretisch, wenn ich meine Maus wiederkriegen würde. Ich habe meine Maus nicht wieder da. Hallo Spiel? Das ist geil. Ich sehe meine Maus.